GOLO 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 sagen GOLO 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 . Servus Youtube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Liverpool Karrieremodus. Ja Leute du man merkt schon ich muss ein bisschen leiser reden. Das Ganze liegt einfach daran, dass wir es schon ein bisschen spät haben und es natürlich Menschen in diesem Haus gibt, die schlafen möchten und ich diese natürlich auch nicht aufwecken möchte. Ich habe ein Manager-Duell mit Jens aufgenommen und dachte mir, ganz ehrlich, dann nehme ich auch nochmal eine Folge der Liverpool-Karriere auf. Übrigens, mega fette Sorry einfach an euch Zuschauer da draußen für die letzten beiden Folgen. Ich kann auch wirklich verstehen, dass die letzte Folge so viele Dislikes hatte, einfach weil ich um ehrlich zu sein selber mich hart aufgeregt habe darüber, dass es ständig gelegt hat. Das war jetzt die letzten beiden Folgen, so ich hoffe, dass ich das Ganze jetzt mal in den Griff bekommen habe, aber auch jetzt ein komplett neues Aufnahmeprogramm. Also wenn es jetzt nicht funktionieren sollte, dann weiß ich einfach nicht weiter. Da bin ich auf jeden Fall ziemlich aufgeschmissen bis zum Anfang von FIFA 17, wo ich dann auf jeden Fall auf der PS4 aktiv sein werde. Aber dazu dann auf jeden Fall später mehr, beziehungsweise ich werde es ja nach der Aufnahme sehen. So, die letzte Folge wäre ja eigentlich ganz nice gewesen, würde es halt nicht laggen. Trotzdem gehen wir auf jeden Fall mit der Bestbesetzung in das Spiel hinein, gegen den FC Sevilla das Ganze zu Gast. Und ich dachte mir dann auch nochmal, dass wir das Spiel, was darauf folgt, zu Gast gegen Swansea mitnehmen, gegen Stoke und High City werde ich nochmal simulieren. Und die Spiele gegen Everton und Chase, die werden wir dann in der nächsten Folge haben. Plus dann vielleicht auch nochmal eure Transfervorschläge, weil wir sind ja mittlerweile im Dezember, Anfang Januar, beginnt das Ganze ja das ganze Transferfenster in der Wintertransferphase. Das Ganze eben ab Januar und dann schauen wir auf jeden Fall mal. Vor allem was die Torwartposition angeht, aber auch so Spieler wie Götze und so weiter müssen wir mal gucken, ob wir da auf jeden Fall nochmal aktiv werden. Und es ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Spiel hier. Liverpool, Sevilla gab es ja auch im Europa-League-Final, aber es geht auch darum, wer hier eben Platz 1 übernimmt und wer auf Platz 2 letztendlich landet. Robben und Lokomotiv Moskau sind auf jeden Fall so ein bisschen raus aus dem Rennen. Ich würde sagen, wäre ein Spiel und sehen uns auf jeden Fall dann gleich wieder. Lasst auf jeden Fall Daumen nach oben dafür die heutige Folge des Liverpool-Karrieremodus. Und wie gesagt, sorry, dass ich so ein bisschen leiser reden muss, aber ich denke mal, die Leute, die noch bei ihren Eltern wohnen, können das Ganze auf jeden Fall verstehen. Wenn man mal so in der Nacht wach ist und man einfach nicht laut reden kann, weil die Eltern ansonsten vielleicht so das ein oder andere Wörtchen mitzureden haben. Aber naja, ich würde sagen, wie ein reines Spiel. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich nicht rumbrüllen kann oder generell einfach leise bin und ihr das nicht so feiert wie die normale Kommentierweise. Aber naja, bis gleich. So Leute, das Ganze hier in Spanien in Sevilla bei Regen. Natürlich nicht gerade die besten Voraussetzungen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spiel, was wir auf jeden Fall ernst nehmen müssen. Wir sind hier auf jeden Fall mit drei Siegen und zwei Unentschieden momentan Gruppenerster, aber könnten diesen Platz eben mit einer Niederlage heute hier in Sevilla verlieren. Ich habe übrigens wieder mal die Kapitänsbinde nicht an Luis Suárez übergeben, was mich übrigens schon wieder so leicht ein bisschen aufregt, wenn ich ehrlich sein darf. Weil ich ja nicht umsonst Umfragen starte, um das Ganze dann halt irgendwie nicht zu erfüllen. Ein Spiel am Fokus heute, Luis Suárez, der in den letzten Folgen oder fast eigentlich in allen Folgen, in allen Spielen, die wir bisher hatten, getroffen hat. Also unser absoluter Top-Torschütze. Dazu macht er auf jeden Fall auch noch viel fürs Team, viele Vorlagen und so weiter. Wir sehen die Formation von Sevilla mit einer Überraschung nach Rekorea vorne im Sturm. Ansonsten auf jeden Fall Konoplianka auf der linken Seite und Banega auf der 10, sehr gefährlich. Ralf Fährmann im Tor. Das sehe ich jetzt auch nicht wirklich in jeder Karriere, dass Fährmann zu Sevilla geht. Unsere Formation, das Ganze im 4-2-3-1 mit Karius Klein, Varane, Manolas, Alaba, Carvalho, Gündogan, Coutinho, Sturridge, Reus und Luis Suárez. Gut Leute, dann würde ich sagen, gehen wir rein spielen und sehen uns auf jeden Fall in der ersten Szene wieder. So, Sturridge, Coutinho, vielleicht mal wieder aus der Distanz abziehen und der kommt auf jeden Fall sehr gefährlich. Aber Ralf Fährmann ist ja bekannt dafür, dass er ein sehr stabiler Keeper ist, deswegen pariert er das Ganze erstmal. Also wir versuchen es mal wieder mit einer was anderen Ecken Art und Weise. Suárez, Abschluss wäre nicht möglich, wieder Coutinho, Fake Shot, kann sich vorbeidribbeln und das ist ein klares Foul. Anfilipe Coutinho wird auch abgefiffen vom Schiedsrichter, ich weiß nicht, Ensonzi war es glaube ich mit dem Foul. Und kriegt dafür auch die gäbe Karte, das ist eigentlich eine richtig gute Freistoßposition. Luis Suárez, hat er Freistoßpräzision, hat er, aber Reus wäre halt der beste Schütze von allen. Oder, kurzer Vergleich, Coutinho oder Reus, wir nehmen ganz klar Coutinho. Äh, wir nehmen ganz klar Marco Reus und... Oh mein Gott, Ralf Fährmann wächst hier heute echt über sich hinaus. Was der hier für zwei Paraden jetzt schon nach nicht mal 10 Minuten raushaut, ist auf jeden Fall krass. Coutinho jetzt nochmal, aber das Ganze wird erstmal verhindert von Reus. Alaba, wichtiger Zweikampf, den er hier gewonnen hat. Ich könnte jetzt Suárez schicken, aber nehme hier mal lieber den Sturridge mit, der setzt sich im Laufduell durch. Suárez steht nicht im Abseits. Nein, ich wollte ihn querlegen für Sturridge. Vielleicht wäre es echt schlauer gewesen nochmal abzuziehen. Beziehungsweise halt einfach abzuziehen und nicht nochmal quer zu legen. Flanke Konoplianka, nein! Und das gibt es doch gar nicht. Ache, Korea mit dem 1 zu 0. Und um ehrlich zu sein, es ist nicht wirklich verdient. Diesmal kein Torwart irgendwie in der Schuld oder so. Einfach schlecht draufgegangen auf Konoplianka. Ich habe gesagt, der ist gefährlich und da sieht man es wieder. Aber irgendwie steht da auch kein wirklich passender Spieler bei Ache, Korea. Alaba ist zwar groß, aber halt nicht Innenverteidigergröße. Manolas und Varane, da fragt man sich überhaupt, wo die stehen. Also, Stellungsspiel in der Situation schwach. Und dementsprechend Sevilla mit dem 1 zu 0. Aus dem Nichts, muss man sagen. Also, verdient ist es nicht. Wir waren hier momentan spieldominant. Haben eigentlich nur gewartet, bis es irgendwann mal passiert. Bis es irgendwann mal Boom macht und das Tor passiert. Aber irgendwie will das heute nicht so wirklich. Aber jetzt mal vielleicht Gündogan. Sehr stark. Suárez, ein Verteidiger noch vor sich. Und der macht so ein Tackling. Unglaublich, ey. Aber richtig on point. Eine Stunde später. Zwei Stunden später. Drei Stunden später. Yep. Und damit ist das Spiel vorbei. Und ich muss sagen, ich bin echt unzufrieden mit der Leistung. Also, was Fährmann heute gehalten hat, ist echt absolut unnormal. Und Kari ist auf unserer Seite mit drei Paraden. Sieht dagegen echt lächerlich aus. Aber Fährmann für die Wintertransferphase, ich könnte es mir echt vorstellen. Ist jetzt ein bisschen bitter, weil wir einen sehr schwierigen Gegner fürs Achtelfinale bekommen werden. Beziehungsweise halt einen Gruppenersten. Aber mal gucken. Es könnte auch ein schwacher Gegner werden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß. Jep. Und wie ich es erwartet hatte, es wird natürlich kein leichter Gegner für uns werden. Achtelfinalgegner, wie das Champions-League-Finale in der letzten Saison. Liverpool, Barcelona. Was gibt es Schöneres? So, wir setzen auf Rotation für das kommende Spiel gegen Swansea City. Wir sehen hier die Formation im 4-3-3. Das Ganze mit der B-Mannschaft. Also, trotzdem denke ich mal, haben wir eine sehr starke Formation. Eine sehr starke Mannschaft, die eigentlich drei Punkte aus Wales mitnehmen kann. Aber mal gucken. Wir haben momentan zwei Punkte Vorsprung auf Chelsea in der Liga. Das heißt, ein Patzer wäre zwar erlaubt. Aber wir wollen nicht patzen. Deswegen gehen wir rein ins Spiel. Wieder mal Schauer. Also, irgendwie mag uns das Wetter scheinbar echt gar nicht in diesem Karrieremodus. Wir hoffen auf drei Punkte und gehen rein ins Liberty Stadium. Bis gleich. So, Dybala Thielemans. Das ist unglaublich gut durch die Lücke. Divock Origi. Und er trifft nur den Pfosten. Oh mein Gott, der Gott, der Fußballgott ist einfach heute nicht auf unserer Seite. Der will einfach nicht, dass wir heute Tore schießen. Das ist echt verflucht. Verhext echt. Ich packe es gar nicht. Gegen Fährmann und Sevilla hat es schon nicht funktioniert. Scheinbar setzt sich das Ganze fort. Gegen Swansea und Fabianski. André Ayou flankt ihn und es ist unglaublich. Das kann es wirklich nicht sein, Leute. Wie ist das möglich, dass wir immer die bessere Mannschaft sind, immer unsere Chancen vergeben und dann irgendwie aus dem Nichts wirklich so ein Zero-Zorn kommt und uns trotzdem das 1 zu 0 reinschiebt. Das ist echt wie verflucht. Gerade das gleiche Szenario. Wir spielen auswärts. Es regnet. Wir spielen nach vorne. Wir treffen das Tor nicht. Der Gegner kommt einmal nach vorne und trifft direkt. Echt. Komplett gleiches Szenario. Vinci Promis wird hier gerade an allen möglichen Trikotstellen gezogen. Aber das interessiert uns gar nicht. Denn der Pass war richtig erste Sahne und Dybala schiebt ihn rein. Solche Bälle gehen dann wiederum rein. Also absolut der Kullerschuss hier von Paolo Dybala. Aber der geht rein, weißt du? Das ist echt unglaublich. Das ist echt unglaublich, dass so ein Ball reingeht. Nur weil er ein bisschen präziser geschossen ist. Aber alle anderen Dinger, die auch präziser geschossen haben, ein bisschen mit mehr Härte, gehen dann nicht rein. Also der Fußballgott hat, glaube ich, meine Rufe erhört. War es abseits? Ich glaube, ja. Es war abseits. Nein, war es nicht. Kommt, Tielemanns. Jawohl. Yes. Das Spiel ist auf jeden Fall gedreht. Es war kein abseits. Was ich eigentlich gar nicht erwartet hatte. Ich dachte, dass es abseits wäre. Deswegen habe ich auch direkt abgezogen mit Dybala. Aber er war auf jeden Fall in beiden Toren beteiligt. Ist jetzt zwar nicht gerade das Schöne zum Ansehen-Tor. Aber ganz ehrlich, das interessiert mich gar nicht. Denn wir führen. Spiel gedreht. Sehr stark gemacht. Erst Dybala und jetzt Juri Tiedemanns. Der übrigens lange Zeit verletzt war. Wir kommen auf jeden Fall wieder zurück im Team, Junge. Oh, absolut der Fehler. Origi legt ihn quer und Dybala macht ihn rein. 3 zu 1. Das Spiel ist entschieden. Und damit sind wir auf jeden Fall gut im Rennen jetzt hier. Was das Ganze angeht. Also das Spiel von Sevilla scheint echt vergessen zu sein. Sehr stark gemacht hier von Origi. Und legt ihn dann lieber quer, statt alleine das Ganze zu machen. Dybala mit dem zweiten Tor, mit dem Doppelpack im Spiel. Und im nächsten Saisortreffer. Oh, jetzt macht Swansea aber plötzlich echt komische Fehler. Die haben sie am Anfang des Spiels noch nicht gemacht, wo sie geführt haben. So viel Mino mit dem Weakfoot und 4 zu 1. Also ich weiß jetzt nicht, warum es plötzlich so einfach läuft mit den Toren. Aber irgendwas scheint bei Swansea mittlerweile echt schief zu laufen. Für Mino mit dem schwachen Fuß. Oder ist er links Fuß, rechts Fuß? Ich glaube aber eher, dass er rechts Fuß ist. Bringt mit dem schwachen Fuß ins lange Eck. Und Fabianski sieht da nicht so gut aus. Aber an sich muss man auch sagen, echt die Defensive. Die hat irgendwie nachgelassen. Auf jeden Fall von 100% irgendwie am Ende nur noch auf 20%. Dementsprechend gewinnen wir das Ganze am Ende doch sehr deutlich mit 4 zu 1 in Swansea. Weitere drei Punkte für die Liga. Die B-Mannschaft hat auf jeden Fall mal wieder gezeigt, zu was sie in der Lage ist. Zu was sie fähig ist, auch wenn ich die erste Halbzeit, muss ich sagen, echt zum Kotzen fand. Was am Ende ein sehr starkes Spiel. Und ein 4 zu 1 Sieg im Liberty Stadium. Kann man auf jeden Fall gut mit leben. Wie wird der Tor hat die Ball eigentlich mittlerweile? Sind übrigens mittlerweile 5 Tore in 7 Ligaspielen. 4 Tore kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ansonsten ist er halt mehr Rotationsspieler als eben Anfangsspieler. Start-Elf-Spieler, wie man das Ganze auch jetzt immer bezeichnen möchte. Wir simulieren das Ganze heim gegen Stoke City mit der B-Mannschaft. Mal gucken, ob die das Ganze jetzt hier auch im zweiten Spiel hintereinander reißen werden. Origi mit dem 1 zu 0 am Ende ist es ein 3 zu 1 Sieg. Affelay mit dem zwischenzeitlichen 1 zu 1. Aber Cavallo und Promis besiegeln den Sieg hier gegen die Stokes. Gegen die Potters, nicht gegen die Stokes, gegen die Potters. So, wiederum die A-Mannschaft darf sich beweisen in einer Zugast-Simulation. Mal gucken auf jeden Fall, ob sie das Ganze hier reißen kann. Gegen Hals-City. Zugast-Simulation, wie gesagt, das sind ja immer so die tricky Dinger. Die halt auch manchmal gegen den schwächsten Verein mit einer Niederlage enden können. Egal, wie stark deine Mannschaft ist. Erste Halbzeit vorbei. Bisher nichts passiert. Promis, Einwechselspieler mit dem 1 zu 0. Sehr stark auf jeden Fall. Gutes Näschen vom Assistenztrainer, der hier Promis direkt reingebracht hat. Und nach vier Minuten trifft er halt einfach mal. So, letzten zehn Minuten. Nein, wir kriegen noch den Ausgleich in der 88. Minute. Kurz vor Schluss bitte. Aber immerhin keine Niederlage in der Zugast-Simulation. Das kann man auf jeden Fall so stehen.